Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Erik Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man so einen kleinen, coolen, animierten Button mit CSS und HTML erstellen kann. Fangen wir doch gleich mal an. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt hier wieder in meinem Code Editor Visual Studio Code und hier daneben habe ich dann direkt den Browser. Und wie ihr sehen könnt, wenn ich also hier was rein tippe, dann ändert es sich hier direkt. Also ihr seht direkt live, wie das Ganze aussieht. Und so können wir das Ganze einfach mal starten. Ja, und dann fangen wir doch gleich mal an, indem wir den Grundstein legen, wie immer hier mit HTML. Also als erstes lege ich einfach mal ein Div an mit der Klasse Button. Also das wird dann einfach der wirkliche Button sein. Und jetzt können wir eigentlich direkt den Inhalt definieren. Als erstes muss ich natürlich einen Text noch nehmen. Ich arbeite da gerne mit dem Span-Bereich. Mache ich auch wieder eine Klasse. Ich nenne es jetzt einfach mal Text. Und dann setze ich jetzt einfach mal hier Kontakt ein. Als nächstes muss ich natürlich noch für die Icon von Awesome nehmen. Und da gehe ich hin und hole mir das vom CDN-Netzwerk und baue es hier dann direkt ein. Wie immer gehe ich dann einfach googeln, CDN von Awesome. Und dann habe ich das. Und wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier entweder kann ich die URL kopieren oder den Link-Tag. Ja, und dann gehe ich hin, klicke hier auf den Copy-Link-Tag, gehe wieder hier hin und poste ihn einfach beim Head-Bereich da rein. Also ihr wisst, das ist einfach der Style-Sheet vom Ford Awesome 611 All-Min-CSS. Und das reicht eigentlich dann. Und ja, jetzt können wir wieder hier hingehen und dann das Ganze weitermachen. Jetzt haben wir hier den Kontakt. Jetzt möchten wir neben Kontakt noch ein Icon setzen. Und das mache ich auch wieder. Das ist ja dann einfach diese I-Klasse. Und dann nenne ich hier jetzt die Klasse Icon mal, damit ich das auch noch schön spezifisch designen kann. Und jetzt setze ich eigentlich noch ein Icon ein. Ich habe mir hier den Share-Icon ausgesucht. Alt, wie ihr sehen könnt, das ist einfach der da da. Und Icon habe ich gewählt, damit ich wirklich dieses eigene Icon auch noch speziell designen könnte. Ich weiß ja nicht, ob ich das noch machen möchte. Dann schließe ich das Ganze wieder mit dem I. Ja, und als nächstes möchte ich hier das Ganze animieren. Also habe ich hier einen weiteren Bereich drin, der dann rauf und runter scrollt oder runter slidet, wie man so auf Neude-Englisch sagt. Und ja, das muss ich natürlich auch wieder in einer Klasse machen. Also auch hier setze ich wieder eine Div-Klasse ein. Ich mache es jetzt einfach mal Klasse und nenne es Social Media. Könnt ihr es auch nehmen, wie ihr das möchtet. Und jetzt kann ich hier die weiteren Icons einsetzen. Aber wir möchten ja auch, dass das Ganze ein bisschen verlinkt werden könnte. Mache ich jetzt natürlich nicht. Ich mache einfach hier meinen Gartenhack rein. Also ein Hashtag. Und hier kann ich jetzt dann das Icon einsetzen. Ich habe mir da was für Facebook rausgesucht. Also auch wieder diese I-Klasse. Und dann kann ich da einfach wieder FabFaFacebook nehmen und schließen. Und abspeichere natürlich noch korrekt geschrieben. Und dann kann ich eigentlich hier dann direkt weitermachen. Facebook. So, und jetzt seht ihr direkt, hier ist das Icon erschienen. Jetzt habe ich noch das von Twitter und von Instagram rausgesucht. Da kopiere ich das einfach jetzt mal. Ich dupliziere es oder triple es. Und mache da dann die entsprechenden Icons rein. Also das mal ist für Twitter. Und das da da ist für Instagram. Und wie ihr jetzt sehen könnt, hier sind jetzt alle drei drin. Und damit wäre eigentlich die ganze HTML-Geschichte bereits abgeschlossen. Wie ihr sehen könnt, das ist eigentlich nur diese zwei, vier, sechs, acht, zehn Zeilen Code. Oder acht Zeilen Code. Sehr, sehr wenig. Und jetzt kann ich das Ganze mit CSS ein bisschen aufpimpeln. Das macht man ja hier im Head drin. Also Style. Und jetzt können wir hier loslegen. Als erstes positionieren wir jetzt mal diesen ganzen Button-Bereich hier. Ich mache jetzt mal das Ganze mit dem Body. Und dann können wir weitermachen. Wie immer Margin 0 und Padding 0. Haben wir auch schon öfters angeschaut. Dass es wirklich oben schön bündig ist. Wie man hier sehen kann. Es ist jetzt wirklich direkt am Anfang und am Schluss. Ja. Dann setze ich jetzt noch die Höhe. Ich möchte ja, dass das die ganze Seite umfasst. Also 100% VH. Dann mache ich das Ganze mit Display Flex. Und damit das Ganze noch schön in der Mitte ist. Mit Justify Content Center. Kennt ihr alle. Und das nächste wäre natürlich das Align Items Center. Und jetzt ist das Ganze eigentlich schön in der Mitte. Wie man hier sehen kann. Also egal, ob ich jetzt hier das Ganze größer oder kleiner schiebe. Wie ihr sehen könnt. Es ist immer schön in der Mitte. Und das sind eigentlich nur diese drei Befehle. Man könnte auch hier sagen, die vier Befehle. Ja. Und dann machen wir doch kurz mal noch ein Background rein. Ich mache jetzt einfach mal Background Color. Und dann setze ich da mal was ein. Einfach eine Farbe. Damit uns ein bisschen schöner hat. Lassen wir jetzt mal so. Als nächstes können wir eigentlich das Ganze mit dem Button anfangen. Also wir haben jetzt hier die Klasse Button. Und jetzt können wir hier eigentlich das Ganze ein bisschen stylen. Und jetzt mache ich das Ganze noch schön mit diesem Farbverlauf drin. Also mache ich wieder Background. Dann habe ich hier die Linear Gradient. Das kennt ihr alle. Hier als erstes muss ich den Winkel des Farbverlaufs eingeben. Ich mache es jetzt einfach mal mit 30 Grad Degree. Und jetzt kann ich hier die zweite Farbe oder die erste Farbe nehmen. Hier habe ich mir diese Farbe ausgewählt. Und als nächstes die zweite Farbe. Und die wäre bei mir 00D4FF. Wie man jetzt sehen kann, kann man fast nichts mehr lesen. Also fangen wir oder gehen wir weiter. Als nächstes machen wir die Schriftfarbe. Die machen wir jetzt einfach mal weiß. Damit man wirklich alles erkennt. Kann man dann immer noch das Ganze schön anpassen. Dann deaktiviere ich jetzt mal alle Ränder, die es gibt. Und jetzt mache ich den Abstand zwischen Zeichen, also Buchstaben und Icon zum Rand. Und das ist der Padding. Und hier habe ich mir das Ganze mal mit 16 Pixel zu 40 Pixel ausgesucht. Ihr sehen könnt, jetzt ist es ein bisschen größer. Und als nächstes mache ich die Schriftgröße. Fond Size. Hier habe ich mir 16 Pixel ausgesucht. Ihr seht, da sieht man noch nicht wirklich was. Aber das kommt dann noch. Da mache ich natürlich noch einen Cursor rein. Also den Cursor, der sich verändert, wenn ich mit der Maus darüber gehe. Und das mache ich ganz normal mit dem Cursor-Befehl. Und dann mache ich ein Pointer daraus. Also wenn ich jetzt da drüber gehe, seht ihr das Händchen. Der Pointer ist da. Seht ihr jetzt sehr schön. Ja, und als nächstes fangen wir das Ganze an mit Position. Und dann ist es nicht Inherit, sondern Relativ. Dann mache ich das Ganze noch ein bisschen rund noch. Also Border, Radius. Und da setze ich jetzt einfach mal so 40 Pixel ein. Und jetzt seht ihr, so ein ovaler Dingesbums. Und als nächstes müssen wir dann nur noch eigentlich das Ganze schön mieten. Die Icons verschieben und so weiter und so fort. Und das können wir auch jetzt gleich machen. Also da haben wir jetzt hier das Social Media Teil. Setze ich jetzt auch einfach mal rein. Punkt. Social Media. Und so. Und als nächstes mache ich da Position Absolut. Damit es natürlich immer schön passend angepasst wird. Dann mache ich hier das Width von 100%. Und dann Left 0. Ihr seht, jetzt ist der Text in der Mitte. Und das Icon hier unten sieht man ganz leicht hier bläulich auf der Seite. Aber das würde ja ein bisschen komisch aussehen, wenn das Ganze ein bisschen auf der Seite ist. Also verteile ich es noch schön. Und das mache ich dann einfach mit dem Display Flex. Wir arbeiten jetzt hier öfters damit. Und Justify Content. Und jetzt haben wir hier noch so einen lustigen Space Befehl. Und wenn ich jetzt Space Around nehme, dann seht ihr jetzt, diese drei Icons verteilen sich schön regelmäßig. Ohne dass ich jetzt irgendwie einen Zwischenabstand definieren muss, macht er das automatisch. Also das ist ein sehr schöner Befehl, der mir das Ganze ein bisschen einfacher macht. Dann mache ich noch mit Bottom 0. Damit das schön in der Mitte ist. Also unten ist, ohne irgendwie einen Abstand hat. Und als nächstes mache ich das mal mit Transform. Und jetzt mache ich einfach mal Translate Y. Und hier setze ich einfach mal 100% rein. Und jetzt seht ihr, ist es unterhalb. Und das ist eigentlich der ganze Trick. Also ich habe jetzt hier den normalen Text. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann saust dieser Text hier rauf. Und gleichzeitig gehen die Icons von hier auf diese Position. Also ihr seht jetzt, hinten habe ich mir als Hintergrund das Icon. Respektiv den Button. Und dann darüber ist der Text mit den Icons, die rauf und runter schwirren. Und nachher lasse ich natürlich das Ganze verschwinden. Also dass man das, was über, äh, wie soll ich sagen, dass die Grenze überschritten hat, nicht mehr sichtbar ist. Ihr kennt ja das, das wäre dann Overflow hidden. Und so kann ich das Ganze dann noch ein bisschen designen. Also ich möchte jetzt das natürlich auch wieder weiß machen. Also mache ich jetzt das Ganze mal mit den Social Media. Social Media, das wäre A. Und da mache ich jetzt das Ganze einfach mal mit Color. Und dann wäre weiß. Und jetzt seht ihr das ganz, ganz weiß. Jetzt mache ich hier den Background. Mache ich jetzt einfach mal 0, 0, 0, damit man das Ganze noch sehen kann. Und ihr das Ganze besser nachvollziehen könnt. Und als nächstes möchten wir natürlich das Ganze noch ein bisschen verzögert haben. Mache ich das Ganze mit Transition. 300 Millisekunden. Da können wir dann ein bisschen mit rumspielen. Und nun machen wir Button Hoover. Button Hover. Und jetzt können wir hier eigentlich das Ganze mal machen. Ich mache jetzt einfach mal Border Radius 0. Damit das Ganze auch ein bisschen unterschiedlich aussieht. Und wenn ich jetzt hier drüber fahre, seht ihr, der Hintergrund wird eckig. Hier. Von rund auf eckig. Das ist eigentlich nur dieser kleine Befehl. Damit das Ganze ein bisschen schöner aussieht. Als nächstes mache ich noch ein bisschen stylisch. Was mit dem Text und dem Icon. Also Text habe ich hier drin. Komma. Und dann ist das Icon noch drin. Und jetzt teilen wir das Ganze auch noch ein bisschen. Und jetzt arbeite ich hier noch mit Display Inline Block. Und auch hier mache ich wieder eine Transition rein. Wieder von 300 Millisekunden. Damit das Ganze wirklich schön die Dauer, die das Ganze braucht, definiert ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade einigermaßen verständlich erklärt. Ja. Und jetzt können wir eigentlich das Ganze noch kurz zusammenbauen. Damit das Ganze noch rauf und runter saust, kann man sagen. Und da muss ich das Ganze jetzt zusammenbauen. Also hier haben wir einerseits Button Hover. Dann habe ich hier den Text. der rauf verschwinden muss. Komma. Als nächstes habe ich wieder bei Button Hover den Icon. Der raufschwinden oder raufsausen muss. Und dann habe ich noch die Social Media Icons. Also das wäre wieder Button Hover. Und dann das Ganze bei Social Media. Und jetzt können wir hier eigentlich das Ganze hochziehen. Und das mache ich mit Transform. Und dann mache ich hier Translate Y. Und jetzt müsst ihr ein bisschen rumspielen. Ich mache das mit 35 Pixel, habe ich herausgefunden. Und wenn ich das Ganze ausprobiere, dann seht ihr jetzt, jetzt geht es hoch und runter. Ja, und jetzt können wir das Ganze eigentlich noch kurz verschwinden lassen, damit das Ganze wirklich noch schön aussieht. Also das gehe ich wieder hier hoch. Und jetzt muss ich das Ganze suchen. Ja, wo muss ich das definieren, dass das Ganze verschwindet? Und ja, da sind wir hier beim Button. Das ist ja die Hauptebene oder die sichtbare Ebene. Und da müssen wir dann hier noch kurz ein Overflow hidden einbauen. Und jetzt seht ihr, ist es verschwunden. Und wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann saust es hoch. Und jetzt wäre das Ganze eigentlich schon fast fertig. Jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen schöner designen. Ich habe jetzt hier nochmal was genommen. Also ich kann jetzt hier noch kurz die Opacity ändern und die Farben dieses Icons hier. Wenn ich darüber gehe, könnten wir auch noch ein bisschen designen. Also mache ich das Ganze wieder mit Social Media. Das wäre H-Hover. Also was passiert, wenn ich mit der Maus über dieses Icon fahre? Das wäre Social Media. Das ist ja der Bereich hier für alle drei Icons. H-Hover. Und dann kann ich das Ganze ein bisschen designen. Jetzt könnten wir einfach mal mit Color arbeiten. Und das Ganze mal was ganz Extremes machen. Zum Beispiel Rot. Dann seht ihr das Ganze. Also wenn ich da rüber fahre, ist es sehr extrem. Ich könnte natürlich auch noch kurz mit der Opacity ein bisschen arbeiten. 0.7. Ihr wisst, 1 ist 100% sichtbar und 0 ist 100% unsichtbar. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, ja, dann seht ihr, ist das Rot nicht mehr ganz so extrem. Ja, und so sieht eigentlich der Button dann fix fertig aus. Und ja, da könnt ihr anpassen, wie ihr möchtet. Wie gesagt, je nachdem, ob ihr noch eine andere Schrift nehmt, als jetzt die Standardschrift, könnt ihr natürlich oder müsst ihr dann das Ganze auch ein bisschen anpassen. Und zwar hier. Ihr seht es, wenn ich jetzt hier natürlich nur, sagen wir, 60 einbaue oder 65. Und wenn ich jetzt darüber gehe, ja, dann habt ihr gesehen, der Icon verschwindet zu weit oben. Wenn ich aber nur, sagen wir, 15 mache und darüber, dann seht ihr, dann passiert das gar nichts. Und jetzt muss man ein bisschen auspassen und ein bisschen rumspielen, bis das Ganze stimmt. Also bei 30 sieht das bei mir so aus. Aber man sieht hier oben noch ganz leicht den Text. Ja, da habe ich bei mir jetzt festgestellt, dass 35 am besten funktioniert. Also nochmal kurze Repetition. Zuerst einfach normal Hintergrund definieren, dann den Button definieren. Hier Background. Ich habe jetzt das mit dem Farbverlauf genommen. Ich habe hier die Schriftfarbe drin, die Breite, den Abstand von oben, unten, links, rechts. Also das wäre 16 oben, 16 unten und 40, 40 Pixel Breite. Die Schriftgröße kann ich anpassen, Cursor und so weiter. Und dann habe ich hier eigentlich direkt am Social Media Icon definiert und so weiter und so fort. Ja, wie ihr seht, es braucht eigentlich gar nicht mal so viel, um aus einem langweiligen Button wirklich einen Button zu machen, den man wirklich drei Funktionen verstecken kann. Kann man zum Beispiel für Kontakt Button machen, für Social Media Button, damit eure Community weiß, wo ihr zu finden seid. Also hier gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten, wie ihr das Ganze einsetzen könnt. Ja, wenn du noch eine Frage hast, dann stell sie mir nach unten in die Kommentare, wie immer. Ich versuche, alle Kommentare zu beantworten. Gebt meinem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, wir machen es gut.